Im Hohen Bogen haben am Mittwoch 19 Kinder die Kita verlassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Traditionell wurden die Mädchen und Jungen, die im Sommer eingeschult werden, mit einem Rausschmiss aus dem Stadtkindergarten Pusteblume in Wildeshausen verabschiedet. Die Erzieherinnen warfen die künftigen ABC-Schützen auf eine Matte, die vor dem Kita-Eingang platziert war.